herzlich willkommen zum neuen video mein name ist roger im heutigen video geht es darum einfach mal auf die letzten zwei drei monate zurück zu gucken seit ich gesagt habe mein depot kriegt eine neue ausrichtung sprich mehr auf cashflow mehr auf dividenden zu setzen im märz wurde mein depot drei jahre alt in den drei jahren ist viel passiert ich sehe mittlerweile sogar die letzten zweieinhalb jahre sage ich jetzt mal einfach als findungsphase an ich habe viel gelernt viele leute kennengelernt viele kontakte knüpfen können was eigentlich auf die rendite oben drauf kommt und hat einfach seine zeit gebraucht vor allen dingen weil es ja bei mir in anführungszeichen keine rentenlücke gibt für die schließen muss das ist es halt ganz einfach auch gewesen dann bin ich halt auch jemand der gerne mal abseits ein bisschen was ausprobiert und wenn es nur zu lernzwecken ist groß leergeld oder schmerzensgeld musste ich auch nur bezahlen also ich glaube beim thema persönliche risikotoleranz habe ich mich eigentlich immer ganz gut eingeschätzt und habe dann auch relativ kompromisslos position aus dem depot geworfen ich gesagt habe das passt nicht mehr thema emerging markets wo ich ja schon mitte letzten jahres man kann es ja hier auf dem kanal nachvollziehen auch gesagt habe china hat sich für mich als investment erledigt und wenn man jetzt die ganze entwicklung hat sieht was im moment halt auch in der welt los ist war es eine richtige entscheidung allerdings habe ich natürlich auch nicht kommen sehen was jetzt aktuell wie gesagt los ist es sind viele sparpläne dazugekommen damit ist das nächste depot update nicht unnötig aufgebläht ist ende april beziehungsweise am ersten mai will ich dem ganzen so ein bisschen vor greifen dann kann ich auch auf das heutige video wieder verweisen und schauen wir einfach ganz mal ganz einfach mal was passiert ich mache es auch heute ohne zeitdruck nehmt euch ein bisschen zeit für das video ich denke vielleicht kann der ein oder andere was mitnehmen nicht unbedingt eine die ein oder andere aktie oder etf sondern vielleicht auch einfach mal wieder so ein bisschen mindset ich versuche ja hier einfach meinen weg in videoform festzuhalten und lade euch gerne dazu ein hier mitzukommen und wenn man halt sieht jetzt die sparpläne die im moment laufen belaufen sich insgesamt mittlerweile auf 1302 euro die ganzen sparpläne bei scalable capital werden ausgeführt am 25 jeweils im monat also diese käufe stehen noch aus und dann nach wie vor mit 501 euro der msci world it etf und meine unternehmensanleihe mit 100 euro jeweils 1 euro wegen den 80 cent gebühren bei smart broker deshalb habe ich es aufgerundet und von daher passt es wir werden heute ins depot auch reingucken machen wir jetzt auch allerdings gehe ich jetzt gar nicht auf die käufe hier ein vielleicht auf eine position weil es depot update kommt und zwar habe ich american manganese das unternehmen was sich mit lithium recycling beschäftigt habe ich verkauft und zwar komplett 1100 anteil im wert von 518 euro einfach weil die investitionsgrundlage für mich meiner meinung nach ganz einfach nicht mehr gepasst hat ich will es ganz kurz aufgreifen und zwar im american manganese hier die twitter seite hat einfach in den letzten monaten nicht mehr abgeliefert sprich dass sie sich weiterentwickelt haben man beschränkt sich nur noch darauf praktisch wiederzugeben was jetzt zum beispiel us-präsident joe biden gesagt hat oder eil musk chef von tesla die demonstrationsplattform dass man halt lithium recyceln kann ist fertig man man hat halt gezeigt dass man es halt kann allerdings ist anscheinend dieses verfahren viel zu teuer und wird halt auch nicht so wirklich angenommen und es geht gefühlt nicht voran hier sind nur so zwei beispiele das hier ist die eröffnung von tesla berlin in brandenburg wo man einfach nur auf das auf nur praktisch das wiederholt was eil musk gesagt hat allerdings überhaupt nicht in bezug darauf auf die technologie dass man dann halt sagt okay man stellt das ganze mal tesla tesla vor hat auch jemand kommentiert hier in dem fall warum man einfach nur immer über dritte spricht und nicht einfach versucht diese dritte dann halt auch zu kontaktieren vor allem wenn man halt ex tesla mitarbeiter an bord hat als das damals bekannt wurde hatte ich das gefeiert aber wie gesagt es passiert nichts mehr und hier ist auch noch so ein twett da ging man dann halt auf das ein was präsident beiden halt bei einer pressekonferenz gesagt hat aber das war's gefühlt ist es jetzt halt im moment einfach so ich gucke dann halt auch immer zwischen den zeilen ähm welche hashtags benutzt worden und für mich verkommt im moment american manganese zu dem nächsten kanadischen penny stock und für sowas habe ich überhaupt keinen platz im depot ich habe gut an american manganese verdient hat gepasst war in ordnung war so glück will ich mal ganz einfach sagen als ich damals die ersten anteile gekauft habe aber für mich und american manganese ist hier halt die reise ganz einfach zu ende ich sehe da überhaupt keine grundlage mehr ich habe mich halt auch hier auf dem kanal die letzte zeit einfach zurückgehalten einfach direkt wenn ich unternehmen aufgenommen habe euch vorzustellen ich appelliere da auch immer so ein bisschen an die eigenständigkeit wo ich sage okay die leute sollen sich selber mit den aktien beschäftigen ihre ihre ihren research betreiben weil ich natürlich auch keinen dazu anstacheln will es mir gleich zu tun und das man hat ja halt auch immer eine gewisse verantwortung mit dem was man hier macht bei youtube oder auf dem blog oder auch bei twitter was man halt so von sich gibt und und der verantwortung bin ich mir natürlich hat auch bewusst muss man halt ganz einfach sagen und wenn ich jetzt guck was halt hinzugekommen ist ist jetzt halt ab und 25 und für 25 euro ist ein neuer ist ein dividenden etf bereits 2007 aufgelegt und zwar der x wecker stocks global select dividend 100 er gibt jeden monat also der hat eine jährliche dividende von von knapp fünf prozent ich bin über wachstumskurs eu drauf gestoßen deshalb will ich das nicht unerwähnt lassen ist ein produkt und 100 akten drin vorgröße 550 millionen euro das passt alles die tr mit 0,5 ein bisschen höher aber passt halt genau in meine strategie es gibt mit rio tinto natürlich auch ein paar überschneidungen zu meinem i share stock syrup selective dann 30 mit denen ich halt europäische unternehmen abdecke ich hatte das ja erklärt in den habe ich ja jetzt schon einen monat im depot drin und der select dividend 100 global schüttet auch nur einmal im jahr aus dem mai so wie ich das gesehen habe also ich werde den jetzt mal ein zwei jahre laufen lassen und wenn wir halt mal sehen ob das passt die 25 euro nehmen wir nicht die wurst von vom brot und die nächsten ausschüttungen sind gesichert ich will halt auch noch mal betonen mir mir kommt es nicht auf das letzte punkt an rendite an ich will einfach gucken wie weit ich in den nächsten jahren diesen dieses thema cash flow will ich es mal nennen will ich es mal nennen treiben kann gucken wir gleich mal noch mal in portfolio performance drauf realty income wird natürlich weiter bespart mit der dividende vom vormonat da habe ich mir jetzt zum beispiel auch einfach mal den spaß erlaubt wie viel realty income aktien ich bräuchte um zum beispiel hier diesen venex halbleiter etf mit 25 euro je monaten durch die dividenden zu besparen das wäre ich bei 115 aktien stand jetzt ich weiß nicht wie lange ich will die in kam laufen lassen werde so haben jetzt ein bisschen angezogen ist auch okay die dividende freut mich natürlich jeden monat und die steigt auch jeden monat und dementsprechend wird hier wieder wieder in kam weiter bespart 3m corporation bin ich ja jetzt auch an bord und dann neu wird jetzt am 25 das erste mal gekauft hier ist die united health group thema gesundheit war ist damals mein ausflug in die branchen etf wo ich diesen pharma branchen etf von l und g damals im depot hatte noch kein thema ich hatte zwar das eine oder andere unternehmen in der watchlist johnson & johnson hatte ich in der watchlist omega healthcare hatte ich in der watchlist letztere habe ich ausgeschlossen weil ich halt schon ich werde mit diesem bereich einfach nicht warm und mit realty income ist das deck in das tue und alvin mountain habe ich drei weeds im depot und mehr sollen es einfach auch nicht werden hier ist jetzt das thema gesundheit in form von von einem versicherer aus den aus den usa abgebildet aktie ist relativ teuer sage ich jetzt mal mit mit über 400 fast 500 euro aber diese 200 euro sparplan lasse ich jetzt einfach mal laufen also dass das ich bin jetzt dort dabei die dividende ist top und die nächste achse die jetzt bespart wird und wo ich halt auch den ersten einmal kauf zum beispiel schon getätigt habe die aktie der sparplan mit am 25 ausgeführt ist der imperial brands tabak hersteller habe ich 26 aktien für 527 euro gekauft und da geht es mir ganz klar einfach nur um die dividende also die dividende rendite mit über acht prozent ist natürlich mega jetzt kommt natürlich wieder die moral keule wo ich selber nicht schwinge wo ich einfach sagt jeder muss das für sich selber entscheiden ob ein nestle investiert im hero brands oder aktuell wird ja rheinmetall sehr nachgefragt bei den anlegern in bezug auf rüstungsindustrie das muss jeder mit sich selber entscheiden also wenn jemand sagt investieren rheinmetall biontech schlag mich tot dann soll das gerne tun mir steht es dazu das zu kritisieren da waltet sollte halt auch immer die gegenseitige toleranz walten sind im prinzip wenn man jetzt wirklich beim man jetzt wirklich anfangen mit anstand und moral findet man mittlerweile fast bei jedem unternehmen irgendeine leiche im keller so wie ich mal ganz einfach sagen nvidia ja der aktionär überschlägt sich momentan fast täglich mit meldungen zu nvidia analysten rücksetzer aktie überbewertet ja ich bin mit einer relativ großen summe in nvidia letzten monat eingestiegen man hat es ja beim letzten depot update gesehen aber ich muss auch ehrlich sagen mich hat die bewertung überhaupt nicht interessiert wir mal kurz drauf und schau mal nvidia nvidia hier unten haben was man sieht halt mein einstiegskurs liegt im moment bei 237 euro aktie ist weiter am fallen und dementsprechend habe ich für mich ganz einfach gesagt ich setze jetzt einen sparplan drauf hatte ich ja beim depot update schon gesagt nur es werden keine 200 euro jeden monat sondern 100 euro das liegt einfach der grund ist ganz einfach weil ich die united health gut mit aufnehmen wollte mit 200 euro und dann konnte ich das so ein bisschen ausgleichen deshalb wird sich nvidia über die nächsten monate jahre wird sich das dann wieder ausgleichen und egal unabhängig davon was der aktionär derzeit schreibt das hier ist jetzt die nachricht vom 16.2 mit den quartalszahlen von vom vierten quartal 2021 und nvidia ist ja weitaus mehr als einfach nur ein grafikkarten hersteller und das wird sich auch in den nächsten jahren jahren und das ist einfach meine meinung wird sich das nicht ändern sie sind dermaßen breit aufgestellt mit ihren produkten wie erwähnt geht es nicht nur um crypto mining sondern halt auch klima gaming kreatives design autonomes fahren robotik industrie 4.0 ist hier ein thema bereich künstliche intelligenz ist hier ein thema und nvidia davon bin ich überzeugt ist ganz einfach ein big player nicht nur jetzt sondern wird es auch in zukunft bleiben aber es wird natürlich auch immer weiterhin auch diese rücksetzer geben dementsprechend halt der sparplan da würde ich den einen oder anderen rücksetzer mitnehmen können bin ich von überzeugt deshalb bleibe ich bei nvidia einfach ganz entspannt unabhängig davon was der aktionär schreibt das ist einfach meine persönliche meinung zu nvidia immer dann halt noch ein bisschen weiter da habe ich dann noch den halbleiter etf von venec 25 euro er wird einfach bespart und dann a tnt bei a tnt ist der spin-off ist durch ich habe meine warner discovery aktien bekommen 24 stück hier sieht man es wo haben wir es wo haben wir es wo haben wir es ach ja das wollte ich euch nicht zeigen das wollte schon das kommen wir später das hier entflechtung da haben wir es und zwar hier ich habe also für meine 100 18 aktien 24,192 warner past discovery aktien bekommen schüttet keine dividende aus will ich im moment auch nicht haben die sollen sie jetzt erstmal bis 2024 25 behalten sollen jetzt erstmal ihren weg machen ich bin was wbd ich kürze es jetzt ab betrifft absolut entspannt ich hatte ja noch keinen streaming anbieter und nach 2024 25 entscheide ich dann ob die aktie eine zukunft hat in meinem depot oder nicht wenn man auf die ein buchen guckt smart broker war da halt relativ fix hatte die aktie gebucht am 9 vierten ein lieferungskurs eingelieferungskurs waren 18 68 also im wert von 448 euro 47 cent wenn man jetzt aktuell ganz in meinem depot 23,8 prozent im plus und es gab natürlich bei et und hier den rücksetzer kurs aktuell jetzt 17 97 ich bin jetzt mit minus 16 euro mit 16,73 prozent im minus aber ich gehe auch trotzdem weiterhin den weg von et und hier mit man konnte sich vom großen teil der schulden konnte man sich durch diesen spin-off befreien und mit diesem 25 euro sparplan der auch in dem moment mit groß ins gewicht fällt bin ich überzeugt dass et und hier auch zu alter stärke zurückfinden wird wichtig ist natürlich dass das management jetzt die weichen stellt richtig in bezug auf 5g in den usa aber ich gehe diesen weg ganz einfach mit also in summe laufen jeden monat frisches geld 1.302 euro ins depot und zusätzlich wird es natürlich auch immer noch die einzelkäufe geben hier und da wo es eine gelegenheit gibt und wenn man jetzt halt mal ganz kurz schaut da gehen wir jetzt ganz einfach mal noch mal kurz auf diese ganzen performance geschichten also mich interessieren die performance von heute morgen nächsten monat gucken wir einfach immer nur auf die jahre aber selbst da sage ich guck mal lieber alle zwei jahre liegt das depot moment für 2022 bei minus 9,6 prozent ich hatte halt wie gesagt in den letzten drei jahren nur zweieinhalb jahren möglich gebraucht als findungsphase für mich was ich überhaupt will ich wollte auf jeden fall viel lernen wollte mein geld wert erhaltend anlegen und bis zum letzten punkt der rendite ich mache mir auch keine gedanken wenn ich für irgendwas geld ausgebe ja hätte ich jetzt mal diese 500 euro 600 euro in mein depot gesteckt dann wäre die rendite noch ein bisschen mehr so denke ich halt ich lebe heute und in 20 jahren und ich spare auch nicht auf die millionen sondern halt mir geht es wirklich darum mein geld wert erhaltend anlegen und die letzten drei jahre ist mir dieses nachweislich ja halt auch gelungen allerdings zur wahrheit und da will ich jetzt einfach mal ganz klar drauf kommen wenn man jetzt auf den depot start guckt liege ich im moment mit meinem depot start mit meiner performance seit start bei knapp unter 20 prozent so und wenn man jetzt halt wirklich dann die indizes als die großen indizes als vergleich holt liege ich gerade so mit dem mit dem dax gleich auf das muss muss man halt ganz einfach sagen aber schauen wir einfach mal auf die einzelnen jahre 2019 so bin ich gestartet am jahres ende knapp minus 20 prozent das war oder minus 18,65 prozent dann ging es ins zweite jahr 2020 vor dax vor s&p 500 kommen wir dann ins dritte jahr letztes jahr 2021 alle drei geschlagen darum appelliere ich ja halt auch immer und wenn man jetzt hier aufs aktuelle jahr guckt liege ich so knapp vor dax und 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 vor nesdeck der s&p ist noch ein bisschen vor mir aber ich zähle das halt auch wirklich nicht ich mir geht es halt wirklich einfach nur mein geld wert erhaltend anzulegen viel zu lernen auch spaß zu haben geld dann lage und spaß schließen sich ja nicht gegenseitig aus aber wenn man jetzt hat einfach holt und geht einfach noch mal zurück auf den depot start ich liege bei minus 20 meine frau mit ihrem depot liegt bei plus 55 also ich liege bei plus 20 knapp wie wir sind 19,46 meine frau liegt mit der mit ihrem depot was ja nur zwei monate später gestartet ist also am ersten mai hier der track geht am ersten mai und am ersten mai wurde das erste mal der sparplan ausgeführt aber zwar am ersten sechsten wurde erste sechse 2009 wurde das erste mal der sparplan ausgeführt die liegt in plus 55 seit start und das gehört auch zur wahrheit dazu dementsprechend geld anlage investieren ist keine einbahnstraße ist viele wege führen nach rom wichtig ist halt einfach dass man dabei bleibt und sich mit seinem investment beschäftigt und und nicht um jedes jeden punkt rendite das depot sollte ausgeglichen sein aber man halt auch selber man soll sich nicht von seinem eigenen depot treiben lassen und vor allen dingen halt wenn man jetzt wenn ich jetzt heute irgendwas im depot verändere kann ich nicht erwarten dass das schon in vier fünf sechs acht wochen oder sechs monaten eine auswirkung hat sei es jetzt diese einzige kauf bei beim bitpanda ecosystem token den ich getätigt habe und wenn man jetzt halt wieder einfach nur auf diesen stiefkind asset allocation rum reitet liege ich im moment fünf prozent sollen sein 34 prozent liege ich jetzt halt haben die kryptowährungen in meinem depot moment ein gewicht aber das war ja von mir bewusst so gemacht und es war mir klar wenn ich wenn ich so eine große summe im best investiere wer wird der krypto anteil auch wieder zunehmen langfristig bin ich davon überzeugt dass ein gutes investment war wenn wir jetzt sehen ich kann natürlich auch daneben liegen aber wenn man halt auch hier guckt 4129 euro sind bis jetzt diesen monat ins depot geflossen in aktien etf sind 208 euro in kryptowährung werde ich auch wird auch weiter der cashflow ausbau auf die etf und aktien gelegt und weniger auf die kryptowährung also ich würde natürlich kryptowährung weiterhin kaufen allerdings dieses verhältnis etf aktien zu kryptowährung sollt wird doch schon ein anderes sein auf jeden fall die dividenden sind alle da die meisten kommen erst nach dem 15 wenn man noch mal kurz hier guckt auf die auszahlung bin ich jetzt bei 119 und aber im moment so schwer der markt im moment ist gefühlt hier läuft aufgrund ukraine inflation spritpreise und co wenn ich einfach auf die zahlung guckt das sind die zahlungen für 2000 21 und hier sind wir jetzt bei 2022 und schauen wir jetzt einfach mal aufs quartal das war letztes quartal letztes jahr doch gut aus und wenn man jetzt einfach auf die monate guckt dann sieht man halt auch dass der cashflow jetzt nach und nach erhöht wird in april werde ich auch weit übertreffen der mai wird auch übertroffen und mal sehen wo man am ende des jahres stehen also stand jetzt aktuell was die auszahlung betrifft die erträge befinde ich mich jetzt schon auf dem stand wo ich letztes jahr im juli war und und das wird jetzt diesen monat wird das ja sowieso noch mehr es werden ja noch einige auszahlungen definitiv kommen und allein das motiviert ja und deshalb habe ich auch gesagt ich will gucken wie weit ich das da treiben kann ich habe mir jetzt kein ziel gesetzt ich will jeden monat 1000 euro dividende oder 500 euro dividende man kann sich also etappen ziele setzen wo man jetzt ganz einfach die dividenden sollen die sparpläne abdecken ist ein weiter weg könnte man jetzt einfach sagen ich habe jetzt dieses ziel auch nicht ausgerufen aber ich sage jetzt mal wenn ich wenn ich im monat mal 1302 dividenden habe und könnte diese ganzen sparpläne da abdecken das wäre schon mal eine schöne nummer aber es wird natürlich halt auch die werden ja jetzt nicht bis zur ewigkeit bespart also ich sage jetzt mal wenn hier 2000 euro drin sind gucke ich mal wo die aktie steht und ob ich dann den sparplan laufen lass oder erst mal ruhen lassen werde also dass das lasse ich ganz einfach offen was die sparpläne betrifft ich sage halt auch wenn man mehr als in all country world oder in in ein msi world und emerging markets etf investiert dann muss man sich halt auch mit diesen unternehmen regelmäßig beschäftigen und dementsprechend muss man muss man dann ganz einfach abwarten wie es halt passt aber es gab halt auch hier mit der maru beni corp ich habe die aktie bekommen ich hatte es bei twitter geteilt ist jetzt mein drittes unternehmen aus japan und da freue ich mich das sind so sachen da freue ich mich dass es halt passt ich hatte eine order gesetzt bei zehn euro die wurde ausgelöst von 9 euro 99 da haben wir sie 60 stück habe ich bekommen allerdings liegt der kauf nach dem extrakt für den juni die schütten ja zweimal im jahr aus das heißt die erste dividende gibt es erst im dezember da liegt der extrakt an dem ende september dies bei japanischen aktien üblich ist aber kdi bin ich kriege ich im juni und die etosho corp kriege ich auch im juni aber das sind so sachen die freue mich ganz einfach also das ist dass das alles soweit funktioniert und passt es ist momentan heckler mining läuft im moment ein bisschen weg aber ich habe ja noch 74 75 aktien habe ich ja noch von heckler mining meinen silber min sehr 76 stück habe ich noch und ich weiß ich gehe vielleicht manchmal so ein bisschen unorthodox an die sache ran aber auf alle fälle unbeschwert also und wie ich auch eben gesagt habe ich lebe jetzt und heute und in den 20 jahren 25 jahren meine gesundheitliche geschichte ist bekannt hinlänglich bekannt und man soll sich halt auch zwischendurch was gönnen habe ich diesen monat gemacht ich habe lange gewartet und zwar den hier den weißen haus stark game of thrones habe ich meiner frau vor zwei jahren zu ihrem geburtstag geholt kam zwei monate nach ihrem geburtstag aufgrund der corona pandemie lieferengpässe ja und ich habe mir hier den immer wieder mal angeguckt 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 ich bin halt haust hargarien und den habe ich mir jetzt halt einfach geholt 600 euro hat er gekostet ich sitze gerade drauf schöne sache schöne geschichte an solchen sachen kann man sich auch erfreuen soll man sich halt auch auf jeden fall erfreuen und da mache ich mir jetzt keine gedanken was jetzt gewesen wäre wenn ich diese 600 euro in den video geballert hätte also es gibt ja im moment auch wieder so ein bisschen in der gesellschaft wo große zeitschriften wieder auf den aktionären rumhacken von wegen ja die 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 aktionäre kassieren die dividenden obwohl die wirtschaft im moment so da steht wie sie da steht nur ich sage jetzt mal dieses geld zum investieren muss natürlich auch erst mal verdient werden und das wird einfach mal so ausgeblendet vom thema aktienrente hört man sowieso nichts mehr und habe ich auch nicht erwartet dass da ein großer wurf kommt das muss man ganz einfach sagen und man soll halt einfach von dem gedanken weg kommen dass man einfach sagt papa staat regelt alles für einen papa staat wird nichts regeln ich kann jetzt jeden tag hingehen und kann mich jeden tag über die inflation ärgern und darüber twittern kann mich jeden tag über die spritpreise ärgern und darüber twittern oder ich kann versuchen im rahmen meiner möglichkeiten die situation für mich zu verbessern oder für uns für mich und meine frau und hier dieses thema mit diesem mit diesem cash flow unabhängig wie die kurse mal laufen dieser läuft weiter was natürlich nicht bedeutet dass dividenden der neue zins sind was ja auch immer gerne mal erzählt wird dividenden sind nicht der neue zins und dividenden sind auch nicht in stein gemeißelt also das soll man halt auch nicht außer acht lassen wir werden sehen wo wir in fünf jahren zehn jahren stehen auch in bezug auf wo ich dann hier stehe aber ich mache mir darüber überhaupt keine gedanken also ihr merkt dass ihr halt bei allen videos halt auch oder wie ich auch schon gesagt habe es gibt immer welche die mehr rendite machen wie ihr ich freue mich auch für jemand die tage habe ich gelesen dass jemand geschrieben hat er beschäftigt sich jeden tag sieben tage die woche zwei drei stunden mit seinem depot und chart analyse und 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 wenn jemand damit seinen frieden gefunden hat und sein ding gefunden hat gut wenn er mein depot übertrifft auch gut wenn das nur ein bisschen übertrifft ist auch in ordnung wichtig ist dass er freude bei dem hat was er tut und schwierig wird es dann ganz einfach man versucht andere mit seinem ding dazu zu überzeugen dass das ja anscheinend nur der einzig richtige weg wäre man kann aus börse mit eine wissenschaft machen man muss es allerdings halt auch nicht tun will ich mal ganz einfach sagen deshalb sage ich halt diese diese rendite die ich jetzt habe die letzten drei jahren gemacht habe da ist ja noch viel mehr drumherum entstanden und das zähle ich einfach oben drauf also was ich in den letzten drei jahren drei jahren gelernt habe die nächsten hoffentlich 10 20 jahre noch lernen werde weil es einfach zu meinem hobby geworden ist das kann man in rendite sowieso nicht aufmessen und rendite ist einfach nicht alles es gibt nach wie vor dinge im leben die einfach unbezahlbar sind zum beispiel zeit mit der familie und das sollte man halt auch nicht außer acht lassen im moment wo ich mich so ein bisschen beschäftige die liste hier ist zum beispiel schon ein bisschen älter das ist eine liste mit unternehmen die jährliche dividende angehoben haben viele unternehmen kennt man hier coca cola ist da drin sonst und johnson ist da drin aber auch viele unternehmen die ich die ich nicht kenne also und die gucke ich mir dann halt an aber nur weil ich mir halt diese unternehmen hier angucke bedeutet das jetzt halt nicht dass unbedingt jetzt ein kandidat für mein depot werden wenn ich jetzt im moment die watchliste guckse ist mittlerweile sehr überschaubar habe hier noch mainstreet capital drin ist auch ein biet wird es wahrscheinlich nicht werden irgendwas passen irgendwas passt halt nicht ich kann sie am ende dann irgendwas festmachen genauso wie pro lodges die logistik zentren passt 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 nicht beobachte ich weiterhin die aktie hier die hätte ich gerne kupfer minen ich will rohstoffe ein bisschen in meinem depot weiter abbilden silber habe ich schon mit heckler meining der nächste punkt wäre kupfer gold jetzt halt weniger kupfer wäre allerdings noch so ein ding die ich gerne im depot hätte und das wäre das unternehmen meiner wahl da warte ich auf den rücksetzer habe eine limit order laufen kann aber auch durchaus noch ein bisschen dauern bis ich die aktie bekommen aber ich habe jetzt im moment keinen druck die auszahlung werden auch weiterhin gesteigert aber ich warte halt ganz einfach ab bis meine chance halt kommt also bei nvidia habe ich nicht gewartet bis meine chance kommt nvidia hatte ich ja halt einfach über die letzten jahre immer abgebildet über den world itf über den gaming etf über den halbleiter etf so und gaming etf gibt es nicht mehr wo ein großer teil nvidia drin war habe ich ja ende letzten jahres aufgrund dem großen anteil von china verkauft und dementsprechend wollte ich ganz an einfach nvidia im depot haben und jetzt habe ich halt gemacht die chartanalysten werden das natürlich wieder sagen ja ja zu oft nachgekauft ins fallende messer gegriffen bodenbildung mit abgewartet ja ist halt so ich wollte einfach nvidia haben und will auch nvidia die nächsten jahre im depot haben und dementsprechend läuft er jetzt ganz einfach ein sparplan ihr merkt halt einfach ich mache mir jetzt keinen spaß drauf ich mache mich auch nicht über diese leute lustig ich finde es auch manchmal einfach nur anstrengend man kann viel von diesen leuten lernen definitiv aber ich muss jetzt nicht jeden tag hier die charts analysieren wenn ich sowieso plan die aktie über die nächsten jahre jahrzehnte im depot zu haben weil ich die hatten aktien einfach nur als trading teil sondern halt einfach auch als unternehmens beteiligung und ich kann da einfach immer noch mal appellieren wie damals das war mit iron mountain als ich diese aktie gekauft habe immer darauf fünf jahre guckt sieht man halt das war jetzt überhaupt kein performance keine performance aktie die haben halt lang die digitalisierung in anführungszeichen verschlafen von 2017 an und dann habe ich mich mit dem unternehmen beschäftigt und hatte gesagt okay ich steige in dieses unternehmen ein also habe ich mir wirklich genau angeguckt hatte euch ja einen mountain damals vorgestellt und was kamen da alles für sachen ja langweilig falsch steckt doch lieber alles in simon property oder in irgendeinen anderen wie das gebiet sie sind weitaus besser wie allen mountain und ja wenn man sieht den verlauf und ich könnte mir wirklich in aller wertessen beißen dass ich hier diesen rücksetzer auf die 40 euro oder unter die 40 euro 37 euro mitnehmen konnte aber mein geld drucker hat mal wieder mitgespielt aber trotzdem bleibe ich da an bord jetzt gibt es natürlich viele die sagen okay die aktie 87 prozent im plus nimm doch jetzt mal gewinne mit nö ich nehme keine gewinne mit im gegenteil ich denke sogar sogar über nachkauf nach beim nächsten rücksetzer aber ich werde jetzt halt im moment werde ich die aktie definitiv nicht verkaufen und die wird auf jeden fall behalten aber es sind einfach solche beispiele wo man halt einfach sagt man soll sich nicht zu sehr beeinflussen lassen sondern halt man kann über ein unternehmen diskutieren am ende des tages sollte man aber selber entscheiden warum man überhaupt eine aktie kauf ich nur drauf und hoffe drauf dass es verdopplung gibt oder hoffe ich oder will ich einfach auch mit diesem unternehmen diesen weg mitgehen oder wie jetzt bei at&t na also es kann natürlich gut sein spin off hin spin off her dass at&t nach wie vor noch mal nicht die kurve kriegt ich bin aber halt wie gesagt positiv gestimmt einfach aus dem grund weil der bereich telekommunikation in den letzten jahren bei at&t immer gut lief nur durch diese durch die durch diese mediensparte hat das die kompletten geschäftszahlen ruiniert und dementsprechend bin ich da guter dinge dass sie die kurve hinkriegen aber das muss man halt auch sehen nicht heute mit morgen mit dem halben jahr ich habe jetzt halt einfach schon noch mal nachgekauft at&t 35 aktien habe jetzt 135 stück also nach dem spin off war das dann halt damit ich dann halt den extrag am 13 april noch mitnehmen konnte und dann halt auch direkt für die 135 aktien halt meine dividende kassieren kann die nach wie vor auch wenn die dividende gekürzt war nicht schlecht ist das muss man ganz einfach so sagen also dass das darf man das darf man ganz einfach nicht vergessen ja es war doch ein kleines depot update es war ein halbes depot update will ich mal nennen aber ich wollte einfach mal so meine gedanken mit euch teilen was moment so ein bisschen mich umtreibt was los ist wo die reise hingeht noch mal danke dafür dass ihr hier an bord seid wenn das jetzt alles so ein bisschen unstrukturiert war einfach gerne in die kommentare schreiben wenn ihr noch fragen habt anregungen habt anmerkungen habt würde mich auf jeden fall freuen im moment das video zeit ein bisschen ruhiger es wird jetzt die nächste nächste video wird es ein video geben scale label capital und smart broker da geht es nicht darum welches ist jetzt der beste broker sondern da geht es darum wie ich das halt für mich gelöst habe und mal so ein rückblick auf die letzten 56 monate wie ich jetzt mit dieser lösung gefahren bin was ich gut finde weil sich weniger gut finde warum ich meiner meinung nach für mich die das beste aus beiden programm gemacht habe und da wird wirklich ein video dazu machen aber es geht nicht darum wer ist jetzt der beste broker es gibt mir werden da genau reingucken in die oberfläche was mir aufgefallen ist dividendenzahlungen wer ist schneller wer ist langsamer abrechnungen jahres steuerbescheinigung habe gerade gehört es gibt leute die warten immer noch auf ihre wbd-aktien nach dem at&t spin-off jetzt nicht bei scale label sondern oder bei smart broker sondern wirklich bei den tollen super teuren brokern also es ist nicht alles schlecht aber es ist auch nicht alles gut weder bei dem einen noch und da wird es jetzt halt beim nächsten video drauf gehen drum gehen da will ich mal so ein bisschen was zeigen und so meine meinung mal so ein bisschen kundtun ich wünsche euch an dieser stelle auf jeden fall ein frohes osterfest 2022 danke dass ihr nach wie vor hier an bord seid und wir sehen uns auf jeden fall beim nächsten video bis dann